hallo meine lieben ich bin heute zurück mit einem kleinen haul und zwar diesmal von kreativbund mein monatlicher haul vom monat oktober es war nur eine kleinere bestellung sagen wir es mal so ich habe ein paar sachen bestellt vom neuen my favorite things release ein mama elephant set was endlich wieder lieferbar war und natürlich musste auch das wieder einziehen das neue kreativ und bund magazin inzwischen die nummer elf wahnsinn ich kann mich noch genauer erinnern als das erste raus kam und jetzt sind wir schon bei ausgabe 11 die zwölfte ist in arbeit wahnsinn finde ich ganz cool diesmal gibt es als hauptthema silvester ideen was man so für silvester für die deko und kleine goodies und so weiter basteln kann tolle sachen drin zur maskiertechnik wer das noch nicht kennt traumfänger basteln und manga zeichnen sogar wer darauf steht und zeichnen kann also das sind so die hauptthemen es sind natürlich viele andere sachen drin ich finde das immer mega klasse es ist auch eine schöne qualität es hat 112 seiten kostet 6 95 ja ich liebe das als ideen sammlung oder anleitungen nachzubasteln drin zu stöbern ein interview mit der lieben vera ist zum beispiel drin also sehr informativ und interessant kann ich jedem nur empfehlen der kreativ unterwegs ist dann musste aus dem letzten release von my favorite things von rachel ann miller deswegen am oben das kürzel letter to center mit das bärchen und das häschen die mit dem igel zusammen und da oben sitzt noch ein vögelchen den brief an den weihnachtsmann wegschicken fand ich irgendwie total putzig das motiv ein paar sprüche sind dabei ich drehe es einmal so dass man es lesen kann es blendet durch die folie natürlich kann man natürlich auch mit anderen sprüchen kombinieren mir geht es ja da meistens hauptsächlich halt um die motive muss ich gerade mal gucken letter to center 13 95 jahre ist schon echt eine hausnummer für so ein set und wenn es dann hauptsächlich ums motiv geht mft ist ja da leider auch teurer geworden hier nochmal der name aber ich liebe die marke einfach deswegen kam ich nicht drumherum dann ein set dieses hier ich weiß gar nicht wer da der designer ist kann ich jetzt gar nicht sagen it's penguining to look a lot like christmas ja pinguine ich habe zwar schon einige pinguine auch von stacy jakula und von von anderen von cc design und so weiter ja aber irgendwie kam ich um die gesellen ja auch nicht drumherum weil die total putzig sind möchte ich gerne noch weihnachtsprojekte nutzen total süß die vier hier sprüche dazu da noch mal der genaue name es ist sehr klein geschrieben ich hoffe man erkennt und das hat gekostet 16 95 das ist ja diese normale a6 größe und ja da hole ich mir nicht alle von da muss ich schon wirklich überzeugt von seien die a5 großen sets die sind ja leider sehr teuer das hat jetzt hier 26 95 gekostet aber ich musste das haben selfies bis santa von stacy jakula ja das ist wieder so der typische stil von ihr und ich fand die so süß schaut mal da habe ich auch schon ideen wie ich die verbasteln kann für weihnachtskarten hier wo sie alle drauf sind drumherum so ein paar sprüche aber hauptsächlich geht es natürlich um die motive die schön groß sind die man in so einen rahmen setzen kann oder wirklich in so ein selfie quasi ausstanzen wie so ein polaroid und die dann reinsetzen oder die liebe ginger hat letztens mit einem ähnlichen set die motive dann hier einfach an den rändern raus geschnitten ohne den rahmen drumherum kann man natürlich auch machen ich fand die einfach total süß und die mussten einfach sein auch für 27 euro stange geld aber ich habe dieses diesen monat nur das eine mal bestellt und dann muss es einfach sein dann war ich hier als die süßen raus kamen natürlich nicht schnell genug beziehungsweise konnte zu dem zeitpunkt gerade noch nicht bestellen und dann waren sie jetzt glaube zwei monate mindestens nicht lieferbar oder immer weg wenn ich bestellen konnte mama elephant little girl gnome agenda ich habe da schon das andere set mit den kleinen gnome und ich mag die kleinen mittlerweile echt gerne also die sind total süß wenn man geschenkanhänger oder an adventskalender aufpeppen will so ein kleines dings drauf und eine nummer daneben sieht einfach süß aus und sind auch relativ schnell ausgemalt ausschneiden ist ein bisschen fummeliger wenn man das per hand macht aber das macht meist eh der plotter ja und ich wollte die mädels sagen wir jetzt mal dazu haben ich glaube im anderen zeit ist nur ein mädel drin gewesen da habe ich jetzt das passende gegenstück die waren 14 95 ja mehr ist es gar nicht geworden und trotzdem was fast 18 euro 18 18 ja schön wäre es 80 euro insgesamt aber ja kleine feine ausbeute es muss nicht jeden monat so viel sein dafür ist halt mal was teureres dabei die adventskalender stehen bevor und da kommt auch noch einiges neues dann und ich bin gespannt was das nächste release von my favorite things bringt mama elephant waren letztens halt nicht ganz so meins außer jetzt hier das set habe ich da länger nichts geholt blonde for inzwischen auch nicht mehr cc design vereinzelt aber meistens ist es halt my favorite things wo ich nicht mehr drum rum komme also dann ihr werdet sehen was ich mit mache wenn ich dazu komme ein craft update zu drehen und ansonsten folgt mir gerne bei instagram auch somali 26 und schaut was ich da mit den sachen so anstelle dass ich die nicht nur einkaufe und sammle klar bei manchen sachen schon aber es ist geplant damit was zu machen dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten video macht's gut bis dann ihr lieben tschüss